Geschichte 7 Die mutige Reise des kleinen Abenteurers Es war einmal ein kleiner Junge namens Jonas, der sich nichts sehnlicher wünschte als aufregender Abenteuer zu erleben. Jede Nacht las er in Büchern über ferne Länder, Schätze und furchtlose Entdecker. Doch Jonas wollte mehr als nur lesen, er wollte selbst ein Abenteurer sein. Eines Abends, als der Vollmond am Himmel erstrahlte, konnte Jonas vor lauter Aufregung nicht einschlafen. Er beschloss, seinen Traum in die Tat umzusetzen und sich auf eine mutige Reise zu begeben. Er packte seinen Rucksack mit Proviant, einer Landkarte und einer Taschenlampe und schlich sich leise aus dem Haus. Jonas folgte den Sternen am Himmel und wanderte stundenlang durch einen dichten Wald. Plötzlich erreichte er eine geheimnisvolle Lichtung, auf der ein altes, verwittertes Schild stand. Es zeigte einen Pfeil und die Inschrift zum verlorenen Tempel. Voller Neugierde und Mut folgte Jonas dem Weg, der ihn zu einem alten, mit Ranken überwucherten Tempel führte. Die Tür des Tempels war halb offen und Jonas spürte eine geheimnisvolle Kraft, die ihn hineinzog. Im Inneren des Tempels entdeckte Jonas eine prachtvolle Halle voller antiker Artefakte. Doch das Wichtigste war ein uraltes Buch auf einem steinernen Podest. Jonas konnte seine Augen kaum von dem Buch lassen. Es war voller Geschichten und Hinweise auf eine sagenumwobene Schatzinsel. Ohne zu zögern, öffnete Jonas das Buch und begann darin zu lesen. Es erzählte von einem gefährlichen Weg durch wilde Gewässer, tropische Dschungel und gefährliche Höhlen, um den Schatz der verlorenen Insel zu finden. Jonas spürte, dass dies sein größtes Abenteuer werden würde. Voller Entschlossenheit folgte Jonas den Hinweisen des Buches. Er segelte auf einem selbstgebauten Floss über tosende Meere, überwand gefährliche Klippen und kämpfte gegen wilde Tiere im Dschungel. Unterwegs traf er auf neue Freunde, wie den cleveren Papagei Pedro und den tapferen Affen Alex, die ihm halfen, die Herausforderungen zu meistern. Schließlich erreichte Jonas die geheimnisvolle Insel. Er erkundete dunkle Höhlen, kletterte auf hohe Berge und durchquerte reißende Flüsse. Nach vielen aufregenden Abenteuern entdeckte er den versteckten Schatz, eine Kiste voller funkelnder Juwelen und geheimnisvoller Artefakte. Mit dem Schatz in seinen Händen kehrte Jonas stolz nach Hause zurück. Seine Familie und Freunde staunten über seine mutige Reise und bewunderten den Schatz, den er gefunden hatte. Doch für Jonas war der wahre Schatz die Erfahrung, die er gemacht hatte und die Freundschaften, die er auf seiner Reise geschlossen hatte. Nach all der Aufregung und dem Jubel kehrte Jonas schließlich zu seinem Bett zurück und legte sich zur Ruhe. Er war erschöpft, aber glücklich. Jonas wusste, dass er einen Unterschied gemacht hatte und dass Abenteuer Lust und Mut die Welt zu einem aufregenderen Ort machten. Und so schloss Jonas seine Augen, träumte von weiteren spannenden Abenteuern und fiel in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Gute Nacht, meine lieben Kinder, und mögen eure Träume euch in atemberaubende Welten der Abenteuer und des Muts führen. Denkt daran, dass ihr die Helden eurer eigenen Geschichten seid und dass ihr die Kraft habt, eure Träume wahr werden zu lassen. Träumt süß und lasst eure Fantasie eure größten Abenteuer entfalten.